Willis Traum von Achterbahnen In einem kleinen, bunten Blumenbild lebte die Raupe Willi. Willi war ein neugieriges Kerlchen und träumte davon, die Welt jenseits des Beetes zu erkunden. Tagelang beobachtete er die emsigen Bienen und Hummeln, die von Blume zu Blume flogen und von fernen Orten erzählten. Eines Tages hörte er ein aufregendes Gräueln und sah in der Ferne riesige, bunte Bänder in den Himmel ragen. Was ist das denn, fragte er die Grille Grille, die neben ihm im Gras saß. Das ist der Wunderland Freizeitpark, erklärte Grille. Dort gibt es die tollsten Achterbahnen. Die fahren so schnell und hoch, dass einem der Atem wegbleibt. Willis Augen leuchteten vor Aufregung. Oh, wie gerne würde ich auch mal Achterbahn fahren, rief er aus. Grille schmunzelte. Na klar, Willi. Aber dafür musst du erst eine Raupe sein, die sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt hat. Willi war enttäuscht. Aber ich will doch jetzt schon Achterbahn fahren, jammerte er. Da hatte Grille eine Idee. Weißt du was, sagte sie. Ich zeige dir eine besondere Achterbahn, die auch für Raupen geeignet ist. Neugierig folgte Willi Grille zu einem kleinen Erdhügel, der mit bunten Blumen bewachsen war. Das ist die Wuselbahn, erklärte Grille. Sie führt durch die Blumenwiese und bietet jede Menge Spaß und Abenteuer. Willi war begeistert. Er kletterte auf einen der Waggons, der aus einem Blatt gebastelt war, und schon ging es los. Die Wuselbahn kurfte durch die Blumen, fuhr über kleine Hügel und durch enge Tunnel. Willi kicherte vor Freude und kreischte vor Aufregung. Er sah bunte Schmetterlinge vorbeifliegen, hörte Bienensummen und fühlte den warmen Wind in seinem kleinen Raupenfüßchen. Die Fahrt auf der Wuselbahn war das schönste Abenteuer, das Willi je erlebt hatte. Er sah Marienkäfer auf den bunten Blüten sitzen, Käfer durch das Gras krabbeln und Jebellen über den Teich tanzen. Die Welt jenseits des Blumenbeetes war voller Wunder und Willi konnte es kaum erwarten, alles zu erkunden. Als die Fahrt vorbei war, war Willi ein bisschen traurig. Aber er wusste, dass er eines Tages wiederkommen und die anderen Achterbahnen im Wunderland-Freizeitpark ausprobieren würde. Bis dahin träumte er von seinen rasanten Abenteuern auf der Wuselbahn und erzählte allen seinen Freunden von der aufregenden Welt jenseits des Blumenbeetes. In seinen Träumen sah er sich schon auf den großen Achterbahnen sitzen, die durch die Luft wirbelten und ihn in schwindelerregende Höhen katapultierten. Er freute sich darauf, die Welt von oben zu sehen und den Fahrtwind in seinem Gesicht zu spüren. Willi wusste, dass er eines Tages seinen Traum verwirklichen und ein Schmetterling werden würde, der frei durch die Lüfte fliegen und die Welt in all ihrer Schönheit erleben konnte. Bis dahin aber genoss er jede Minute auf seiner geliebten Wuselbahn und sammelte unvergessliche Erinnerungen an seine Abenteuer im Blumenbeet. Eines Nachts, als Willi von seinen Abenteuern auf der Wuselbahn träumte, spürte er etwas Merkwürdiges. Sein Körper fühlte sich seltsam an und er hatte das Gefühl, als würde er platzen. Langsam bildete sich um ihn herum ein Kokon und Willi spürte, wie er sich veränderte. Wochenlang lag er im Kokon und wartete darauf, dass etwas passierte. Manchmal war ihm langweilig und manchmal hatte er Angst. Aber er erinnerte sich an die Worte von Grille und wusste, dass er bald ein wunderschöner Schmetterling sein würde. Eines Morgens spürte Willi, wie der Kokon aufbrach. Er blinzelte mit den Augen und sah die Welt um sich herum in all ihren Farben und Formen. Er streckte seine Flügel aus und spürte, wie sie stark und kräftig waren. Willi war ein Schmetterling. Mit einem freudigen Flügelschlag hob er vom Boden ab und flog in die Luft. Die Welt sah vom Himmel aus noch viel schöner aus als vom Blumenbeet. Willi flog über Wiesen und Felder, über Wälder und Flüsse. Er sah Dörfer und Städte, Berge und Meere. Willi war frei. Er konnte fliegen, wohin er wollte, und die Welt in all ihrer Pracht erkunden. Er erinnerte sich an seinen Traum von den Achterbahnen im Wunderland-Freizeitpark und beschloss, seinen Traum endlich zu verwirklichen. Ende Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichten bot? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos. Abonniere diesen Kanal Geschichten bot oder schaue dir die weiteren Videos an.